In der Weite des Pazifischen Ozeans gibt es ein einmaliges Paradies, wo sich das Leben in Millionen von Jahren völlig abgeschnitten entwickelte. Daraus entstand eine ungewöhnliche Welt mit einer Fülle von beachtlichen Pflanzen, skurrilen Insekten und einzigartigen Tieren. All das gibt es jetzt in atemberaubenden 3D-Aufnahmen. N-Wave Pictures Distribution präsentiert Galapagos 3D. Wunderland der Natur. Begleiten Sie uns auf dieser ultimativen Entdeckungsreise. Wunderland der Natur. Wunderland der Natur. Wunderland der Natur Vielen Dank.